Es ist wieder so typisch, wisst ihr, wo man so sagt, nee, kein Bock drauf. Warum geht's? Ich verstehe es nicht. Ich drücke diesen scheiß Knopf hier und es passiert einfach nichts. Das Spiel tut nicht das, was ich soll. Es regt mich halt gerade auf, weil man... Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast 2, Folge 23. Genau hier waren wir letztens im Schriegel und wir haben jetzt in die Mine reingeschafft. In die Mine, in die Lin, unsere Frau, die wir in diesem Spiel haben, verschleppt wurde. Ganz viel Spaß weiterhin natürlich bei diesem Let's Play. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich weiterhin über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert meinen Kanal, um zu oben nichts mehr zu verpassen. Hier sind wir letztes Mal runtergefallen. Wir schauen uns erstmal an. Hier ist eine Batterie, das ist sehr schön. Jetzt haben wir nämlich sogar... Sind es drei, oder? Ich glaube... Ich glaube, es sind ja zwei. Hier sind Spinter, das ist nicht so toll. Aber hier geht es weiter. Wir haben hier eine Gabel. Nicht gut. Gar nicht toll. So, ähm... Weiter. Äh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also hier kann man sich auf jeden... Also... Wir werden hier auf keinen Fall um eine Verfolgung rumkommen, glaube ich, weil... Spinte. Dieses Fass... Äh... Ich habe jetzt... Also ich glaube... Äh... Nicht gut. Ich habe schon den Sound gehört. Da weiß ich schon... Wir hauen ab. So. Er scheint allerdings aber so, dass keiner da ist. Hm. Wir wollen jetzt nicht die Batterien unnötig verschwenden. Allerdings glaube ich kaum. Toll. Ja. Krass. Wie geht es denn hier lang? Okay. Wir würden diesen Punkt dann nämlich doch gerne recht fix überspringen. Weißt du mal, bist du eigentlich behindert oder so? Hier hin, Mann. Ich muss mich immer in die Richtung drehen, ey. Von mir aus. Ah. Hä? Okay. Hier kann man sich auf jeden Fall wieder verstecken aufs Neue. Was nicht toll ist. Wieder eine Tür. Mhm. Hm. Die kann man... Die kann man abschließen. Hm. Ich weiß jetzt halt nicht, was hier ist, ne? Das, wo wir gekommen sind. Okay. Ja, Moment. Batterie nochmal kurz nachladen. Ja. Hier scheint keiner zu sein. Hier ist noch eine Tür. Oh. Fuck. Was zum Teufel war das? Oh. Also jetzt mal ohne Spaß, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Ach so. Den. Ich glaube fast, man muss da jetzt weiter, ne? Aber das Gute ist, jetzt wissen wir, jetzt kennen wir die Räume. Mein Ohr. Ist auch wieder nett. So, hier drunter ist Selbstmord. Super. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob die Entwickler ihr Versprechen zumindest bei mir einhalten können. Und zwar, dass das Spiel dort ungefähr doppelt so lange ist wie Outlast 1. Wir haben zwölf Folgen gebraucht. Wir sind jetzt Folge 22. Eine Stunde Spielzeit müsste noch übrig sein. Das könnte sehr knapp werden. Ich denke mal, dass wir das nicht ganz hinkriegen. Mein Gott. Also jetzt mal... Aaaaaaah. Jei, jei. Bist du behindert? Ich bin komplett orientierungslos. Was ist denn mit dieser Kamera los, Junge? Ja, sei doch mal ruhig, du Idiot. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hä? Sag mal, geht's noch? Ich sprinte doch schon. Das kann doch nicht sein, dass die schneller sind. Ja, kann ja... Boah, Alter. So kann man ja eigentlich bekanntlich schneller laufen. Lustig, ey. Lustig! Lustig! So ein... Ne, das ist, das ist wieder... Das ist wieder so typisch, wisst ihr, wo man so sagt, nee, kein Bock drauf. Warum geht's? Ich verstehe es nicht. Ich drücke diesen scheiß Knopf hier und es passiert einfach nichts. Das Spiel tut nicht das, was ich soll. Es regt mich halt gerade auf, weil man... Ja, sei doch, halt deine Schnauze. Halt deinen Schnauze. Ja. Mach doch mal zu. Spaß. Hätte mich ja auch gewundert. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Hä? Ja, ich muss doch jetzt hier irgendwann... Der kann doch nicht... Der kann sicherlich nicht ewig hier unter Wasser bleiben, ne? Oh. Kann der da mal abhauen, dieser Idiot? Was ist denn das immer? Ich glaub, der bugt da immer. Ich glaub, unser Sauerstoff... Ich verstehe es einfach nicht. Wir müssen eigentlich hier rein. Durch diese scheiß Tür hier. Wir müssen eigentlich überall Wasser drin. Das ist doch nicht, weil ihr ernst... Ich will das erst mal versuchen... Das war gerade nicht so toll. So viel zum Thema, keine Verfolgung, ne? Nein, ich hab ja gesagt, es gibt nur Verfolgung, weshalb... Okay. Oh, keine gute Idee. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter, wie wir es denn damit... Kann mir der Typ nichts mehr sagen. So läuft das doch. Wir müssen den irgendwie umgehen, ist ja klar. Wir waren aber so... Hätte ich vorhin irgendwie zwei gesehen, ne? Okay. Okay, das zieht dann das Spiel natürlich wieder dementsprechend so ein bisschen in die Länge. Aha. Aha. Ja. Okay. Hallo. Du musst verschwinden von da. Wieso? Ah. Hä? Was ist denn das jetzt hier für ne Unlogik? Ey, das ist... Warte mal. Ey, 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 ey. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, das war so nicht gewollt. Allerdings, äh, glaube ich, dass wir jetzt noch den nächsten Speicherpunkt Ruhe haben. Ja, haha, so. Ihr Penner. Habe ich das Spiel wieder ein bisschen ausgetrickst. Wir machen jetzt erstmal unsere benötigte Aufnahme. Damit wir das dann auch haben. Und es fliegt. Was macht... Ach, das war meine eigene Hand. Also ich... Okay, ja. Wir haben es kapiert. So. Wir haben es geschafft. Auch wenn das nicht so gewollt war. Okay. Kann man machen. Wir haben... Ich würde sagen, wir haben drei Batterien. Was ist denn hier? Nur ein Verband. Okay. Hier geht es nicht weiter. Dann müssen wir die Lore wegschieben, glaube ich. Aber nett gemacht hier. Immerhin. Äh, jetzt müssen wir... Ah. Verstehe. Okay. 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 Aber das reicht. Sonst können wir nämlich hier einfach mal durch. Ich habe keinen Plan, wer das... Immer diese ganze Sache... Aber das ist so eine rote Stimme. Die scheint... Die kommt immer... Die hatten wir auch in der Schule gehört. Also die ist irgendwie so... Ah, da war schon wieder jemand. Und... Hier ist aber noch kein Speicherpunkt, also... Da gehe ich... Erstmal nicht hin. Auch wenn das hier nicht sehr... Ich sag mal... Appetitlich aussieht. Aber... Ja, letztendlich müssen wir dann... Äh... Nicht... 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 Äh... Unter... Also nicht über mir einstürzen, bitte. Das... Äh... Jetzt könnt ihr langsam einstürzen. Aber nicht jetzt. Na gut, ich muss vielleicht überlegen. Oh. Ich habe praktisch nur diese Tür gerade übersprungen. Das ist... Äh... Nicht so gut. Oh, wir haben die ganze Zeit... Noch weiter runter. Ist das euer Shit-Ernst? Meu Gott. Nicht so gut. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Okay. Okay, wir nehmen das jetzt erstmal auf, schauen uns das erstmal an. Äh, das passt irgendwie auf die Schule oder so. Oh, wie ich hier sehe, habe ich wohl wieder irgendwas übersehen. Zum Film, aber gut. Interessiert mich an dieser Stelle mal eher weniger. Mich interessiert an dieser Stelle hier rauszukommen mit Lin-Wins. Lin-Wins. Stalagniten und Stalaktiten. Okay. Also ich muss sagen, also es gefällt mir hier nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich. Es ist nicht... Okay, also es ist so gewohnt. Was hast du getan, Lin? Wo ist sie? Wir sind kreaturen von Appetite. Ich will fühlen deine Angst. Ich will sehen deine echte Gesichter. Ich will sehen, dass du diese Welt verbringst. Wo ist Lin? Du bist du jetzt im Gehen? Möte... 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 Ich willkommen her Inford Lorde. Naked und nichts zu retten. Ich lege die Angst. Oh Gott. Du bist lecker! Ich zeige meine wahrheit. Wo ist sie? Ich zeige mir. Was ichs? your true face Keine Ahnung, wo lang. Einfach rennen. Weg vor der kranken Mutter oder sowas. Ich bin eigentlich die ganze Zeit durchgerannt, ne? Also... Help me make this right. Ich bin eigentlich die ganze Zeit durchgerannt. Ich bin eigentlich die ganze Zeit durchgerannt. Wir haben es ganz offensichtlich geschafft, sie abzuhängen. Speichert, sehr schön. Wir kommen weiter. Ja, unter diesen Umständen würde ich erstmal sagen. Wir haben die Sprechspunkte erreicht. Das bedeutet, das war es erstmal für diese Folge. Die nächste Folge nehme ich jetzt direkt danach auf. Bedeutet, es geht für mich jetzt direkt weiter für euch, wenn ihr euch die nächste Folge jetzt gleich anschaut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.